Es ist wieder Zeit für die Höllendeals der Woche, powered by Nvidia und Captiva. Mit dabei ein solide ausgestattetes Gaming Notebook für nur 899 Euro, eins mit RTX 2060 GPU für nur 1199 Euro, mehrere Grafikkartendeals und vieles mehr. Also, los geht's! Ihr seht, ich bin voll erholt zurück von der Gamescom und ich wollte mich nochmal bedanken bei den vielen Leuten, die bei den Live-Shows vorbeigeschaut haben und zu unseren Meet & Greets gekommen sind. Ich fand's super, euch mal persönlich zu treffen, das müssen wir unbedingt wiederholen. Aber jetzt geht's los mit den Höllendeals. Wir starten mit dem Gaming Notebook Dell G5 15 mit 15,6 Zoll Full-HD-Display. Das bietet euch zum Aktionspreis von nur 1199 Euro, statt dem Straßenpreis von 1289 Euro, eine Nvidia GeForce RTX 2060 GPU und als CPU den 6-Kerner Intel Core i7-8750H mit einem Basistakt von 2,2 GHz und einem Boost von 4,1 GHz. Also, der hat ganz schön Dampf. Der Arbeitsspeicher ist mit 8 GB nicht allzu groß, lässt sich aber natürlich erweitern. Für Windows und die wichtigsten Programme und Daten ist eine 128 GB SSD an Bord und für weitere Daten eine 1 TB HDD. Wie bei allen Systemen mit GeForce RTX Grafik HDB, kommt ihr bei vielen Händlern, in diesem Fall Alternate, noch bis zum 16.09. die Games Wolfenstein Youngblood und Control gratis mit dazu. Beide Spiele profitieren von der Raytracing-Technologie von Nvidia, die fotorealistische Grafiken in Echtzeit berechnet. Noch mehr Grafik-Power bietet das MSI GL63-8SFK696. Oh Mann, wer denkt sich immer diese Modellnamen aus. Auf jeden Fall steckt in dem MSI Notebook die Nvidia GeForce RTX 2070 mit 8 GB VRAM. Die CPU ist gleich wie bei Dell, also der 6-Kerner Intel Core i7-8750H. Der Speicher ist mit 16 GB aber doppelt so groß und die SSD hat eine Kapazität von 512 GB. Wenn ihr Shooter-Fan seid, dann werdet ihr euch über das 144 Hz schnelle Display freuen. Das ist übrigens 15,6 Zoll groß und löst in Full HD auf. Ein weiteres Highlight ist die SteelSeries Gaming-Tastatur mit programmierbarer RGB-Einzeltastenbeleuchtung. So viel Leistung hat natürlich ihren Preis und zwar laut Preisvergleich momentan eigentlich 1.869 Euro. Aber wir sind ja hier bei den Höllendeals und da hat Notebooks billiger das MSI Laptop einfach mal auf nur 1.799 Euro reduziert. Außerdem hat Captiva seinen Deal wegen des großen Erfolgs verlängert. Das heißt, ihr bekommt diesen schmucken Gaming-PC hier, den Captiva G15 AG 19 V2 mit dem Ryzen 7 3700X, 16 GB Speicher, Nvidia GeForce RTX 2070 Super, 240 GB SSD und 1 TB HDD im stylischen RGB-Gehäuse von Thermaltake. Weiterhin für 1.499 statt 1.599 Euro. Wenn die bisherigen Angebote euer Budget sprengen, dann haben wir auch noch ein Schnäppchen für unter 900 Euro für euch. Und zwar das Acer Nitro 5 AN5 15 5278 RW mit dem 6-Scanner Intel Core i7 8750H, 16 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD, 15,6 Zoll Full-HD-Display und der Nvidia GeForce GTX 1060 mit 6 GB VRAM. VRAM, habe ich hoffentlich wieder richtig ausgesprochen, oder? Regie, VRAM passt? Super. Eine Windows-Lazenz ist allerdings nicht inklusive. Kostenpunkt bei Notebooks billiger nur 899 Euro, statt dem Straßenpreis von rund 936 Euro. Oder ihr legt noch 100 Euro drauf und holt euch das Asus TUF, ausgesprochen TUF Gaming FX 705 GMEW 186T, das wir euch letzte Woche schon vorgestellt haben. Das hat ebenfalls einen Intel Core i7 8750H und die Nvidia GeForce GTX 1060 mit 6 GB VRAM an Bord. Aber ein größeres und schnelleres Display, ich sag nur 17,3 Zoll mit 144 Hertz, nicht schlecht, oder? Die weiteren Specs, 8 GB RAM, eine 128 GB SSD und eine 1 TB HDD. Der Straßenpreis liegt bei rund 1240 Euro. In den Höllendeals bekommt ihr das Asus Notebook bei Computer Universe für nur 999 Euro. Also da spart ihr einen Haufen Geld. Ihr seid heiß auf Grafikkarten? Dann ist das RTX Super Steam Bundle von MSI vielleicht etwas für euch. Da erhaltet ihr nämlich einen 25 Euro Steam Gutschein zu fast allen RTX Super Grafikkarten von MSI mit dazu. Die ihr bis zum 30. August allerdings kaufen müsst. Also macht hinne, das ist nämlich bald vorbei das Angebot. Und wie bei allen RTX Grafikkarten bekommt ihr bei vielen Händlern zum Beispiel Case King, Alternate und Mifcom die Games Wolfenstein Youngblood und Control gratis on top. Und nicht vergessen, bis zum 31. Oktober 2019 laufen ja auch noch die Höllendeals von Bayer Dynamic. Hier bekommt ihr beispielsweise das MWX 300 Manufaktur 15% günstiger oder ihr holt euch das Bundle aus dem Kopfhörer Tiger 300 R und dem USB Mikrofon Fox mit unserem Gutscheincode. Wir blenden den einfach mal ein. Für nur 239 statt 349 Euro. Ihr spart also satte 110 Euro. Die Links zu den Angeboten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Außerdem verlinken wir euch da unsere Höllendeals Artikel, in denen wir euch noch mehr geile Sonderangebote vorstellen. Wichtiger Hinweis, alle Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Und nächste Woche gibt es natürlich wieder frische neue Höllendeals unter dem Motto Back to School, Powered by Nvidia und Captiva. Also abonniert am besten unseren Kanal und aktiviert die Glocke, ganz wichtig, damit ihr kein Schnäppchen mehr verpasst. Ich sage Tschüss, wir sehen uns dann nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.